Musik So, da sind wir zurück zu einer neuen Folge Mist Survival Hier steht unser Auto Und wir fahren erstmal wieder nach Hause Die Frage ist nur, kommen wir Auch heil an Ähm Kommt ihr hier rum? Ja Ich hasse diese Dreckig, ekligen Lecks Ganz ehrlich Die Nerven Scheiße Äh Ausmachen bitte Kann ich den weg machen? Ja, sehr schön Ja Das dauert mal wieder So Das gute Bäumelein ist weg Oh, wir haben wieder Blätter Das ist sehr gut Äh, hier ist noch ein Stamm Den kann ich nicht einsammeln Schade Achso, anschalten Ha Oh, diese Lecks Ey, ganz ehrlich Die kotzen mich an Bei dem Haus da oben War man schon Was gerade rechts war So, hier ist unser Häuschen Äh, so Reingucken Hier, raus damit Raus damit Raus damit Das da Den Schwefel nehmen wir auch Raus Die nehmen eigentlich Alles raus Außer Die Autokomponenten Äh Brecheisen Lassen wir auch Drinnen Und das Werkzeug Können wir auch Drinnen lassen Hier fehlen uns Noch Zwei Seile Ein Blatt Oh, Blaubeeren Ähm Ja Blätter Hier ist noch eine Blaubeere Ich glaube Das liegt auch an den Blaubeeren Dass ich Foodposten habe Wenn mich jetzt nicht alles täuscht Also Rinder habe ich genug Ich brauche halt wirklich Nur noch Blätter Blätter Ähm Ja Blätter Blätter Hier stehen so viele Bäume Aber keine Blätter Auf dem Boden Das ist doch Echt Das ist doch Eine Verarsche Das ist doch Gerade voll Die Verarsche Hier Da ist noch mal eins Da ist noch mal eins Hm Seltsam 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 Wir schauen mal Wie viel wir insgesamt haben Hier liegt noch eins rum Ja Das war's Ähm Was haben wir hier Gold Was Da Sel Peter Hier haben wir Copper Das war's So Baumstämme Baumstämme Sind hier drinne Äste Sind hier drinne Ähm Ne Das reicht gerade mal Für eins Ja Schade Äh Äh Dut 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 Steine haben wir Keine So einen Spaß Haben wir Auch nicht Kommt das wieder Hier rein Ähm Metallstrott Kommt da rein Stoff Kommt hier rein Hier werden wir Auch den Salpeter Und Das andere Gedöns reinhauen Die zwei Wärme Essen Ähm Messer Hier Ja Start The Building Ich hab Doch Ein Messer Ach Der Ist Schon Fertig Oh Das Ging Ja Schnell Ja Wir Brauchen Blätter Jetzt liegen Hier auf einmal Welche Das ist doch Seltsam Das ist doch Seltsam Da Im Übrigen Da oben Hinaus Kommen wir Dann zum Banditendorf Ich brauche halt Munition Waffen Alles Mögliche Damit Ich Da mal Ein bisschen Radau Machen Kann Beziehungsweise Ich weiß Ja nicht Ob die Auch Auf die Idee Kommt Wenn die Mitkriegen Äh Ich hab Mich Da niedergelassen Ob die Mich Angreifen Dann Da ist ein Stein Gespawnt Direkt vor meiner Nase Läuft Blätter Wo Seid Wo seid ihr Ich finde Was Mach ich Da jetzt Ich hab Aber auch Keine Lust Jetzt hier Ein baum Nieder Zureißen Nur Damit Dort Vielleicht Zwei Drei Blätter Runter Kommen Vier Das Reißt Noch Nicht So, dann haben wir hier noch eins. Ah, jetzt tauchen sie auf einmal so nach und nach auf. Gut, wir schauen jetzt noch mal, wie viel wir drinnen im Haus haben. Und ich hoffe, da haben wir mehr als genug. Ist noch eine blaue Beere. Wie sieht es hier aus? Fertig. Eins. Eins. Ernsthaft. Das war doch jetzt ein Witz. Das heißt, es muss eigentlich irgendwo noch mehr solche Vorkommen geben. Normalerweise. Aber das hier ist Miss Survival. Doch, also für eins reicht es noch. Sehr schön. Ja. So, öffnen. Hier die Rinde wieder rein. Das wieder rein. Und wir sind fertig. So, jetzt haben wir einen Drying Rack. Ein keine Ahnung, was zum Leder trocknen. So, was brauchen wir hierfür noch? Zwei Copper, zwei Eisen, vier Gears und zehn Holz. Das Holz haben wir, den Rest haben wir nicht. Scheiße. Ich habe da noch Haufen Eingeweih. Oh, hier haben wir Leder. Hä, 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 hä. Na dann, trocknen mal. Äh, warum ist das Leder bei Medizin bitteschön drin? Ähm, die Federn müssten dort raus. Die sind hier drin. Dort. Dort. brauchen wir jetzt auf die Schnelle noch irgendwas. Helm. Hammer noch alles. Ist alles noch top. Ja, mir fehlen Waffen. Ist leer geschossen. Brauche ich jetzt nicht. Okay. Okay. Ich brauche Waffen. Eindeutig. Wir können ja mal. Hahaha. Alter, was ist denn hier draußen auf einmal los? Wieso spawnt hier auf einmal so viel? Was war das? Eine Feder. Ne, da haben wir ein paar. Das reicht das erste Mal. Ähm, Wasserflasche füllen. Und Wasserflasche füllen? Jetzt versuchen wir doch einfach mal, ob wir das abkochen können. Und was kann ich bitte schön gegen diese Foodpäusen machen? Das nervt gerade. Okay. Weil durch das verliere ich natürlich am meisten Hunger. Wow. Ein Stock. so, dann einmal das daneben. äh, das, das. So, das müsste jetzt gereicht haben. Destillia, hier, Watertile. ähm, Gif, genau. Und rein. Ich müsste vielleicht die Literanzahl angeben. so, die Folge wird jetzt ein klein bisschen länger. Ähm, okay, das machen wir in der nächsten Folge. Wasser haben wir jetzt drinnen. Ähm, ja. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bye, bye. Bye.